Ja, und weiter geht's mit euren Reactions-Vorschlägen. Die liebe Helga und Marianne möchten euch noch einen guten Rutsch wünschen, auch wenn es ein bisschen spät kommt. Aber man kann es ja tun. Ich soll darauf reagieren, wir machen es. Bist du da, Helga? Was ist denn los? Ich wollte nur einen guten Rutsch wünschen. Einen guten Rutsch? Ja, das ist nett, aber was los? Also zu feiern ist mir nicht gerade zumute. Wieso das denn? 2020 war doch... Was? Wie eine Wurzelbehandlung, die nicht enden wollte. War nicht schön, ne? Nenn mir doch mal eine gute Sache, die 2020 passiert ist. Äh... Sag mal, hier, äh... Was denn? Die Däuner und Erungard haben sich einen Hund gekauft. Und darüber freust du dich? Ich bin ein emotionaler Mensch, Helga, über sowas kann ich mich tagelang freuen. Ich finde, das war das schlimmste Jahr, was wir je hatten. Gab's schon bessere, ne? 2010. Was damit? Das war doch ein schönes Jahr. Was da denn passiert? Kronprinzessin Viktoria heiratet in Schweden ihren Fitnesstrainer. Hab ich im Radio gesehen, weiß ich noch genau. Unsere Lena gewinnt den Grand Prix. Ein bisschen Frieden. Hör ich heute noch gerne. Sebastian Vettel wird Weltmeister und unsere Nationalmannschaft sagt, dass wir sind ins Halbfinale. Das war doch mein Jahr, Marianne. Da kann 2020 nicht mithalten. Wir Deutsche haben nichts gewonnen dieses Jahr. Ist so. Kein Fußball, kein Handball, kein Grand Prix. Ist ja aber alles auch ausgefallen wegen Corona. Na, Corona setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Aber dann musst du doch jetzt heute Abend, Sebastian, mich richtig dran stellen. Wieso? Dann weil das Jahr doch heute Abend zu Ende geht. Ja, das kannst du aber mal, du. Musst du doch feiern heute Abend. Ich hab mir letzte Woche schon drei Flaschen Eierlikön mit dem Thermomix gemacht. Die werden heute Abend alle vernichtet. Du, gönnst dir heute Abend, ne? Komm, Marianne. Ne. Auf das Drecksjahr 2020. Ich weiß nicht, Hecker. Das Leben ist an manchen Tagen nur im Vollrausch zu ertragen. Komm, Marianne. Auf unsere Freundschaft. Prost. Oh, das brennt so schön. Das reicht jetzt aber auch. Mehr will ich heute nicht. Wieso? Wegen Ferrel, mein Hund. Was hat denn der nun schon wieder? Wegen der Ballerei nachher. Kann er nicht. Klar das nicht ab. Der kackt mir wieder auf. Aber das ist, ähm, ich muss, äh, eine Sache ja sagen. Ein gutes hat's ja auch gehabt, ne? Ähm, na obwohl, eigentlich auch nicht. Weil ich wollte gerade sagen, äh, Silvester war mal ein bisschen Ruhe. Und vor allem am nächsten Tag war's, äh, schön sauber. Aber es stimmt ja auch nicht so ganz. Weil die Leute, die trotzdem draußen waren, ähm, haben ja gefeiert wie sonst was, ne? Also die haben ja irgendwie für alle mitge... Die haben wirklich für alle mitgefeiert, ne? Es waren halt übelst wenig draußen, aber die haben für alle mitge... Für alle. Das ist so krass, ey. Auf den Tisch. Wie auf den Tisch. Ja, mein Ferkel hat doch die komische Angewohnheit, äh, wenn er Angst hat, springt er auf meinen Tisch. Und kackt er rauf. Was soll der denn? Weiß ich auch nicht, aber das Tier tut mir leid. Aber dieses Jahr sind die Leute ja angehalten, ein bisschen, äh, weniger hier zu ballern. Und meinst du, das wird was? Wir stecken in der weltweiten Pandemie. Die Intensivbetten werden knapp, da werden die Leute, die so vernünftig sind, sich ein bisschen zurücknehmen, oder? Ja, genau, so war's bei mir auch. Jetzt färbel mal am besten Unschützer auf, das besser du. So Leute, die sich über die Böllerbeschränkung aufregen dieses Jahr, ne? Ja, sind doch eigentlich nur so Leute, die Tiere hassen, ihre Mitmenschen hassen und die Natur hassen, oder? Finde ich ein bisschen hart jetzt. Wieso, das ist so. Meine Meinung, die ich machen um null oder schon gerne mal so eine kleine Rakete an. Ne, kann ich nicht. Oder so ein Sprühfunkelfeuerwerk. Finde ich nicht gut, doch. Nur so ein kleines Sprühfunkelfeuerwerk. Und verantwortlich, Helmut. Ich glaube, man kann auch übertreiben, Marianne. Die Tierreut, na, tun mir einfach nur leid. Ich habe so ein Sonnebuddel Eierlikör übrig. Den kannst du Ferkel in sein Futter mischen, dann hat er den besten Arm seines Lebens. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass heute Abend... Es ist noch nicht Mittelnacht, ihr frechen Gön. Kann ich angehen. Kann man sich auch denken, wer das war. Ja. Boah, an mir bei uns. Ich habe so gegenüber jemanden... Das fand ich so geil. Es war irgendwie, ich glaube, 23 Handschuhe. 55 oder so was. Der hat so ein ganzes Zeit rausgebrüht. Ey, du bist noch nie Mitternacht, du spinnst voll. Fünf Minuten vorher hat er so übelst Radau gemacht. Der hat übelst so draußen rumgebrüht. Das fand ich so geil. Weil das Geile war ja, die Leute dann hier vorne, die gefeiert haben, die haben dann wirklich aufgehört. Die haben dann wirklich so aufgehört und haben dann fünf Minuten gewartet. Das fand ich so geil. Das fand ich wirklich so klasse. Ah, schön. Die Gön von Helmut und Paul. Schön, Hartz 4. Wir ziehen, Hauptsache die Gön bei den 100 Euro in die Luft. Marianne, komm mir gut ins neue Jahr, ne? Feier du mal schön mit deinem Mann und gönn euch Eierliquir. Ich muss jetzt auch, mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Raguelette. Kann ich nicht. Das ist ganz eh. Willkommst du wieder? Gefällt dir nicht bei mir mit dem eh? Verdauungsprozess und so oder eh? Krieg Panikfront, geh dann gute Besserung. Dir auch. Guten Rutsch. Guten Rutsch. Mugdaaab. Mugdaaab. Feier. Ja, es war so geil. Ja, ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen gefallen. Danke für den Vorschlag. Den habe ich gerne verarbeitet. Und ja, auch nochmal von mir, auch wenn es ein bisschen spät kommt. Bleibt gesund und ich hoffe, ja eigentlich kann das ja gar nicht schlechter werden. Also das Einzige, was jetzt noch passieren könnte, dass wir uns ein übergrosser Komet trifft und wir alle sterben. Aber ich denke mal, es wird jetzt nie so, naja, obwohl doch, könnte doch wahrscheinlich sein, ne, wenn man das Jahr, das letzte Jahr so anguckt, ne, also, ne, so unwahrscheinlich ist es vielleicht nicht. Oder dass wir uns Kingkong besuchen kommen, aber mal gucken. Wir werden, wir werden sehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv dativ-akkusativ. In der nächsten Aufnahme. Bis dann. Haut rein und tschüss. Tschüss.